Liebe Freundinnen und Freunde, meine Brüder und Schwestern, Salam Aleikum! Seit drei Wochen, seit ganzen drei Wochen, bluten unsere Brüder und Schwestern in Palästina. Sie leiden in Palästina, sie sterben in Palästina. Weil in der Stadt Israel sie angreift, sie niedermetzelt wie Vieh. Gleichzeitig hören wir von allen Seiten. Wir, die auf die Straße gehen, die auf die Straßen gehen, die auf die Straßen gehen. Unsere Brüder und Schwestern in Palästina, die sich wehren, die sich wehren gegen den Mord durch Israel, die auf die Straße gehen, die auf die Straße gehen. Und heute waren wir auf der Straße und haben die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit ist, Israel ist der Terrorist! Israel ist der Terrorist! Meine Brüder und Schwestern, ich bin kein Moslem, aber mein Herz, mein Hirn, mein Kampfgeist ist bei allen, die leiden. Mein Herz, mein Hirn, mein Kampfgeist ist bei unserer Brüder und Schwestern in Palästina. Lasst Georgia leben, Lasst Georgia frei! Lass Gaza leben! Lass Gaza fallen! Lass Gaza leben! Lass Gaza fallen! Lass Gaza leben! Lass Gaza fallen! In Wirklichkeit ist das, was passiert. Kein Kampf, kein Krieg von Religionen. In Wirklichkeit geht es um Macht. Es geht um die Macht im Nahen Osten. Die USA und Israel wollen die Macht über den Nahen Osten haben. Wollen die wirtschaftliche Kontrolle, die politische Kontrolle, die militärische Kontrolle über den Nahen Osten haben. Darum geht es in Wirklichkeit. Israel, USA, Menschenrechte! Israel, USA, Menschenrechte! Israel, USA, Menschenrechte! Israel, USA, Menschenrechte! Es geht um die Frage des Krieges, Israel gegen die Palästina. hat jeder, egal ob Moslem, egal ob Jude, egal ob Christ oder Atheist, sich zu entscheiden, auf welcher Seite steht man. Steht man auf der Seite der Verbrecher? Steht man somit auf der Seite von Israel? Oder steht man auf der Seite des Volkes, das sich wehrt gegen diese Verbrecher? Freiheit! Steht man auf der Seite von Palästina? Free! Free! Gaza! Wir haben heute gesagt, wir stehen auf der Seite von unseren Brüdern und Schwestern im Gaza. Free! Free! Gaza! 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 Noch ein letztes Wort, meine Brüder und Schwestern. Wir hier in Wien sind nicht die einzigen, die auf die Straße gehen. In Paris waren hunderttausend Menschen auf der Straße in Solidarität mit Gaza. Wir kämpfen jetzt, Schulter an Schulter, international für den Frieden in Gaza, für den Widerstand in Gaza und sagen deswegen, Intifada! 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 Und werden die Menschen so oft auf die Straße gehen, bis dieser brutalen Krieg vorbei ist. Wir werden diesen Krieg besiegen. Intifada! Intifada! Intifada, 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 Intifada.